Hallihallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Ähm, ich bin der Andi. Ihr schaut Hakati Recap. Warum macht ihr das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir da einmal ganz kurz durch, was ich so die Woche gemacht habe. Ist natürlich relativ, denn teilweise sind die Let's Play Folgen Monate alt oder sogar Jahre. Ich sag nur LS. Leute, wir beginnen mit Dead Space. Das ist tatsächlich erst so ein Jahr alt, wo ich das aufgenommen habe. Also vor einem Jahr. Let's Play Dead Space 1 Episode 13. Ich bin momentan auf der Suche nach einem, ich sag mal vergleichbaren Horror-Game. Es ist ja eins mehr oder weniger in der Mache. Wenn man Dead Space 4 eingibt, dann gibt es quasi so eigentlich Hinweise auf ein Comeback der Reihe oder ähnliche Sachen und so weiter. Ähm, und da bin ich einfach mal gespannt. Oder ein Remake, ja? Was schreiben sie denn da? Neue Dead Space. Sind wir jetzt auf Comeback der Reihe? Verdichtet sich vor zwei Wochen. Die Möglichkeit der Rückkehr durch Dead Space sei zwei Punkten zu verdanken. Zum einen haben Capcom mit dem Remake von Resident Evil die Blaupassen. Ah, okay, deswegen. Ja, ist klar. Das ist, so Remakes, ja, schön und gut. Dead Space ist, sag ich mal, eigentlich gut gealtert. Bräuchte nicht zwingend einen Remake. Ähm, von dem her, naja, weiß nicht. Aber trotzdem, es ist einfach, ja, solche Games spiele ich schon echt gerne. Ähm, von dem her, äh, ja, mal schauen, was dann noch so kommt. Spotverse Contact Episode 63. Da habe ich gerade eben wieder drei neue Folgen aufgenommen. Ja, Kammer 16 bis 18 oder so. Äh, vom DLC. Heute ist das erste Mal die dritte Folge vom DLC draußen. Äh, also, zum Stand dieses Videos hier. Von dem her, schaut da rein. Äh, und, äh, ja, apropos dritte Folge. Let's Play Teardown Episode 3. Leute, nach wie vor, schaut euch Teardown an. Gebt dem Game sowas von ne Chance. Das Ding ist so hammergeil. Es macht so viel Laune. Am Anfang ist es natürlich alles ein bisschen weird. Es ist noch Early Access und so weiter. Aber das, das Game macht so Bock. Je weiter du kommst, es ist so geil jeden Scheiß zu zerstören. Absolut Hammer. Und die Challenges, die da dieses Game bietet, sind absolut jeden Penny wert. Dann machen wir den Donnerstag mit einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare. Äh, 104. Episode. Ich bin aktuell ja dabei, äh, Modern Warfare 2 wieder extrem zu suchten, Leute. Ähm, das liegt daran, dass ich da auch für mich eine kleine Challenge habe. Und zwar, äh, Road to Prestige 10, ähm, Level 70. Sprich, 10 Mal, beziehungsweise, äh, den Multiplayer durchzuspielen. Es läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Dank dem ein oder anderen, ähm, Trick, nennen wir es mal so. Äh, und da habe ich bis jetzt schon über 60 Episoden fertig bekommen. Ich weiß noch nicht, wann ich die vor habe hochzuladen, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, ob ich das eine tägliche Dosis machen will, wie damals bei ARK. Ich weiß nicht, ob, ne, die habe ich, ARK habe ich zweimal die Woche, glaube ich, hochgeladen. Es waren ja auch über 250 oder 300 Episoden. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist das Gefühl auch schon ewig, ja? ARK. Ähm, mal schauen, wie ich das angehe. Oder ich ersetze das dann bei irgendwas. Mal schauen. Auf jeden Fall, äh, ja, Call of Duty wird und bleibt ein Bestandteil. Bzw. irgendwelche Ballergames bleiben definitiv ein Bestandteil in meiner, äh, ja, Lieblingsgenres. Äh, von dem her wird es das weiterhin geben. Und was definitiv auch eines meiner Lieblingsgenres ist, das ist, äh, LS. Äh, Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie krass gehypt ich bin auf LS22. Ich habe so Bock drauf. Sobald, also ich bin noch momentan im Überlegen, ob ich mir noch eine Woche Urlaub nehmen soll an der Zeit, wo das rauskommt. Ähm, also es ist wirklich krank. Aber ich habe so Bock drauf. Äh, von dem her habe ich auch nach wie vor Bock auf den alten Teil. Also hier LS17. Ich schaue mir eigentlich, ich schaue mindestens kurz mal rein in die einzelnen Folgen, die ich da hochlade. Weil es einfach immer witzig ist. Und, ähm, ja, einfach zu sehen, was ich da so gemacht habe. Oder wie es damals so zu ging. Ich meine, das ist ewig her, ja. Äh, wo wir das alles aufgenommen haben. Und ich habe selber nie gedacht, wann ich das überhaupt noch hochladen soll. Aber es ist immer ganz gut, einfach dann so ein Lückenfüller. Wenn, sag ich mal, der eine LS-Teil, sag ich mal, nicht mehr so zieht. Vom, vom Zocken her. Ich meine, das letzte Mal LS19 habe ich jetzt vor kurzem erst mal gespielt für eine Stunde. Da habe ich mal kurz einfach so ein Feld gemäht. Äh, und Siloballen gemacht. Einfach so just for fun. Aber davor habe ich auch monatelang nicht mehr gespielt. Äh, ich selber habe ein bisschen über 900 Stunden drauf im LS22. Äh, natürlich das meiste am Anfang. Und dann aber nochmal richtig, ich würde mal sagen, so 200 Stunden. Dann nochmal bei einem, bei so einer zweiten Anlauf, wo wir dann nochmal einen Server gestartet haben. Und, äh, ja, von dem her, ich bin echt, wie gesagt, gespannt auf dem LS22. Kommt er im November raus. Am witzigerweise 22. Ähm, November. Von dem her, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, außer, dass ich mega gehypt bin. Und, äh, wir uns, glaube ich, darauf freuen können. Und in diesem Sinne wird's das aber von mir gewesen sein für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. So ist zumindest der Plan. Äh, in diesem Sinne, bis dahin. Tschaußen. Öff кстати, Pieces. Tjaweckang. Jepang. Cha queаб. Jepang. Junge. Wow... P frentez. Joack.